Dieses Video wird präsentiert von der Gilde Lathen Coffin. Die Imperiale Gilde Lathen Coffin ist aktuell auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Interesse? Dann melde dich hier in den Kommentaren oder schreib uns ingame an. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Guide-Video hier auf meinem Kanal. Wir stehen damit jetzt direkt oder ganz kurz davor mit den Klassenguides endlich anzufangen und das wird jetzt auch demnächst passieren, wahrscheinlich schon die nächsten Tage. Und vorher müssen wir allerdings noch über eine Sache reden. Und zwar müssen wir über zwei Fähigkeiten reden, die nur einen Teil der Klassen tatsächlich besitzen, aber die dennoch sehr wichtig sind. Ich werde mal das Interface anmachen und es gibt nur zwei Fähigkeiten, die ihr da sehen werdet. Wir finden sich hier direkt in der Mitte vom Bildschirm. Das heißt, ich habe das ganze Interface hier für dieses und für die nachfolgenden Videos mal ein bisschen umgebaut, um so ein bisschen den Fokus darauf legen zu können. Es soll heute um diese beiden Fähigkeiten gehen. Was sind das für Fähigkeiten? Nun, das sind die sogenannten Spots. Ja, das heißt, wir haben ja einmal die Gedankenkontrolle. Das ist ja auf dem Attentäter nennt sich das so und wir haben die Massengedankenkontrolle. Das sind zwei Fähigkeiten, die wir nur als Tank-Klasse haben. Die heißen auf den anderen Tank-Klassen, also auf dem Juggernaut und auf dem Powertick beziehungsweise auf dem republikanischen Ponton etwas anders. Da heißen sie zum Beispiel Verspotten. Und diese Fähigkeiten helfen uns als Tank besser zu agieren. Und leider werden diese Fähigkeiten oftmals von unerfahrenen Tanks falsch eingesetzt, was teilweise dann auch recht katastrophale Folgen hat. Und ich möchte heute mal ein bisschen aufräumen und möchte mal klarstellen, wie funktionieren diese beiden Fähigkeiten überhaupt und wie setzen wir sie möglichst effektiv ein. Und um das zu machen, stehe ich hier schon auf meinem Schiff, das seht ihr. Und hinter mir steht natürlich der Operations-Dummy und an dem werden wir das Ganze testen. Und naja, zum Testen brauchen wir irgendwie eine Art Auswertung. Und diese Auswertung gibt uns in diesem Sinne hier Star Pass. Das heißt, wir machen jetzt gleich mal Star Pass auf, sodass ihr das hier im Fenster auch seht. Da haben wir hier die Personal Stats. Die sind jetzt erstmal sehr, sehr wichtig. Die machen wir also auch ein bisschen größer, sodass das jeder gut lesen kann. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen rumprobiert hier heute schon. Das ist auch ganz gut so. Und wir werden jetzt einfach mal anfangen. Ich werde noch einmal im Interface-Editor, werde ich mal kurz hier eine Schnellleiste noch mit anmachen. So, ich habe jetzt hier nochmal eine Schnellleiste angemacht. Die werden wir jetzt nämlich mal brauchen zum Testen. Ja, also wir wissen, dass wenn wir eine Schadensfähigkeit wirken, wir den Schaden als Bedrohung auf unsere Bedrohungssammlung sozusagen zugeschrieben bekommen. Wenn ich jetzt also den Schock mal einsetze, machen wir 3137 Schaden. Und als Tank bekommen wir das Doppelte an Bedrohung zugeschrieben. Das sind also nicht 6-2, sondern hier 7-8. Da ist also noch ein kleiner Boni mit drin. Es sind nicht ganz mal zwei, sondern es ist halt ein kleiner Bonus noch mit drauf. Der versteckt sich höchstwahrscheinlich hier im Baum mit drin. Sodass wir da ein bisschen noch einen kleinen Bonus haben, einen kleinen Vorteil als Tank. Wir machen ja nicht ganz so viel Schaden wie in DD. Trotzdem sollen wir als Tank ja die Aufmerksamkeit des Bosses halten. Und das machen wir im Endeffekt über die Bedrohung. Das heißt, die meisten Gegner, also ich sag mal über 95% der Gegner, haben im Endeffekt intern im Spiel eine Liste, wo alle Spieler, gegen die sie gerade kämpfen, eingetragen sind. Und der, der am meisten Bedrohung erzeugt, der wird angegriffen. Gibt ein paar Ausnahmen. Ja, gibt so den einen oder anderen Operationsboss, der diese Liste hin und wieder ignoriert oder auch vollständig. Aber im Allgemeinen kann man das so sagen, dass der, der ganz oben steht, der die meiste Bedrohung, also hier TPS ist Thread Per Second, das ist der Wert hier hinten. Und das ist der Bedrohungswert, der Gesamtbedrohungswert. Wer also hier die höchste Zahl zu stehen hat, der wird vom Boss angegriffen. Und da sollte logischerweise immer der Tank sein. Nun machen wir als Tank weniger Schaden als ein DD. Das heißt, wir müssen trotzdem mehr Bedrohung erzeugen. Wir kriegen also mehr als das Doppelte an Bedrohung zugeschrieben, was wir an Schaden machen. Das können wir auch nochmal testen mit dem Verdorhen hier. Wir machen 5.250 und kriegen hier sogar, dadurch, dass es das Verdorhen ist, den vierfachen Wert fast zugeschrieben. Das hängt mit dem Verdorhen zusammen. Denn dort steht drin, dass wir eben eine, eine, ganz unten diese Fähigkeit erzeugt, ein hohes Maß an Bedrohung. Das heißt, wir kriegen da mehr Bedrohung, als wir Schaden machen. Wenn wir das aber mit dem normalen Prügel machen, macht das Ganze hier so 4.000 ungefähr. Wieder das Doppelte sind 9.000 mit einem kleinen Bonus. Sind wir also bei 11.500. Okay, jetzt ist es die Sache. Wie wendet man jetzt diese Sports an? Denn hier steht ja bloß drin, kontrolliert die Gedanken des Ziels und zwingt es sich 6 Sekunden lang anzugreifen. Außerdem Spielerziele verursachen 6 Sekunden lang 30% weniger Schaden. Spielerziele, das ist also eine PvP-Sache. Das interessiert uns relativ wenig. Aber sonst steht da nichts weiter drin, außer dass es den Gegner zwingt, uns 6 Sekunden lang anzugreifen. Ja, okay, schön. Wenn wir also sagen, okay, wir fangen den Kampf an, so wie es leider immer noch viele tun. Aber ich meine, Bioware gibt da auch nicht die Grundlage, weil es steht nicht richtig im Tooltip drin. Wir fangen an mit dem Spott. Dann sehen wir, wir haben 3 Bedrohungen erzeugt. Das Ziel greift uns jetzt zwar 6 Sekunden lang an, aber wir haben in der ersten Sekunde 3 Bedrohungen eingesammelt, sozusagen, erzeugt. Wenn wir uns jetzt ein DD vorstellen, wie so ein Söldner, ja, der schießt einmal seine hitzesuchenden Raketen rein und hat 30, und zwar 30.000 Bedrohungen erzeugt. Wenn es auch nur 25.000 sind. Das heißt, wenn wir also sagen, wir fangen mit dem Spott an und laufen dann erstmal noch ran und fangen dann an, Schaden zu machen. Haben wir in den ersten paar Sekunden 8.000 erzeugt. Und in der Zeit haben alle DDs und auch die Heiler mehr Bedrohungen erzeugt. Das heißt, mit dem Spott anzufangen, das gilt übrigens auch beim Massenspott, wenn wir den einfach mal so drücken, passiert folgendes, wir kriegen 2 Bedrohungen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Option, sag ich mal, weil wir müssen halt dafür sorgen, dass wir möglichst schnell viel Bedrohungen kriegen. Und mit dem Spott direkt am Anfang wird das nichts. Jetzt ist es aber so, jetzt haben wir ja Fähigkeiten, die uns Bedrohungen geben. Und jetzt muss man etwas wissen, was leider halt nicht im Tooltrip drin steht, nämlich die Gedankenkontrolle, beziehungsweise auch die Massengedankenkontrolle erhöht unsere Bedrohung, unsere eigene Bedrohung, um 30% von dem, was der mit der maximalen Bedrohung gerade hat. Das heißt, wenn jetzt ein DD gerade 200.000 Bedrohungen aufgebaut hat und wir drücken den Massenspott, dann bekommen wir 30% von den 200.000, weil diese 200.000 gerade die höchste Zahl sind, bekommen wir auf unseren Wert um drauf. Und zwar nicht nur auf unseren Wert, sondern auf den, der am meisten hat. Das heißt, wenn wir jetzt nur 150.000 haben, kriegen wir erstmal glatt 200.000, so wie er, und dann nochmal 30% davon obendrauf. Das heißt, wir kriegen nochmal 60.000 obendrauf, sind also bei 260.000 und haben damit erstmal ein bisschen Abstand zum DD. Das Ganze allerdings nur, wenn wir mindestens 4 Meter vom Ziel wegstehen. Wenn wir näher als 4 Meter dran stehen, so direkt nebendran, kriegen wir nur 10% Bonus. Das heißt, man sollte gucken, dass man, wenn man spottet, vielleicht so 4,5 Meter wegsteht, damit man dort eben entsprechend die 30% Bonus kriegt. Wir können das Ganze ja mal testen. Ich werde jetzt mal das Machtziehen einsetzen. Ne, wir können das mit dem Schock machen. Das heißt, ich kann einmal meinen Spott hier aus der Entfernung schmeißen und meinen Schock erstmal. Das heißt, hier knapp 10 Meter habe ich jetzt. Das heißt, ich bin mehr als 4 Meter weg. Ich schocke ihn also und spotte dann. und bin, obwohl ich 3.200 Schaden nur gemacht habe, mal 2 werden 7.000, davon nochmal 30% obendrauf, sind wir bei 10.000. So, 10.000 behalten wir im Hinterkopf. Wir haben 3.200 Schaden gemacht und haben 10.000 rausgekriegt. Das kann man natürlich gucken, wenn ich jetzt ihn hier schocke. 3.100 und spotte dann. Haben wir nur 8.700 und nicht 10.000. Das heißt, wenn wir nah dran stehen, obwohl wir ungefähr denselben Schadenswert machen, bekommen wir weniger Bedrohung, gut geschrieben, durch unseren Spott. Das ist sozusagen das, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen. Wir bekommen durch unseren Spott Bedrohung plus, und zwar 30%, wenn wir weit weg stehen, und 10%, wenn wir nah dran stehen. Und zwar auf den Wert des Höchsten. Wenn wir nicht der Höchste sind, bekommen wir den Wert des Höchsten plus 30% oder 10%, je nachdem wie wir stehen. Wenn wir am Höchsten sind, dann bekommen wir trotzdem 30% von unserem eigenen Wert obendrauf. Wie sollte man den Spott nun also einsetzen? Nun, nicht am Anfang, wie wir gesehen haben, weil wie gesagt, am Anfang gibt er uns 3 Bedrohungen. Während, wenn wir, das können wir jetzt gleich mal testen, wenn wir das Machtziehen einsetzen, was ja zum Beispiel auch überhaupt keinen Schaden macht, während wir allein durch das Machtziehen, wenn ich das jetzt mal einsetze, 30.000 Bedrohungen kriege. Und ich habe nicht mal einen Schadenspunkt gemacht. Das heißt, hier ist es notwendig, seine Fähigkeiten zu kennen, zu wissen, welche Fähigkeiten erzeugen viel Bedrohung, sodass ich am Anfang Fähigkeiten einsetze, die viel Bedrohung erzeugen, und dann meine Gedankenkontrolle, meinen Spott verwende, um die viele Bedrohungen, die ich schon erzeugt habe, nochmal mit einem Bonus zu versehen. Ja, das heißt, es gibt eine sogenannte Spott-Rotation am Anfang, die viele Tanks nutzen, die sozusagen ihre besten Fähigkeiten raushauen, und dann dreimal hintereinander, also nicht direkt hintereinander, sondern in gewissen Abständen hintereinander, dreimal den Spott ziehen. Nämlich den Einzelspott, den Massenspott und wieder den Einzelspott. Das passt nämlich von den Coulons ziemlich gut. Und das gucken wir uns gleich auch nochmal an, wie das funktionieren kann. So, wenn ich jetzt also das Machtziehen einsetze, was ja ungefähr 30.000 macht, und ich spotte dann noch aus der Entfernung, dann kommen wir also auf einen Wert in 0,x von 39.000. Das sind also genau diese 30%, also 9.000 obendrauf, die ich kriege. Das heißt, ich habe in den 6 Sekunden, ich hätte ja mehr machen können, also ich habe in den ersten 2 Sekunden habe ich 39.000 Bedrohungen erzeugt. Und das ist natürlich ein sehr stabiler Wert. Und wenn man das richtig gut ausführt, dann kann ich hier mal eine weitere Schnellleiste anmachen. Dann kann man das Ganze bis ins Extreme treiben und in den ersten 20 Sekunden so um die 200.000, 250.000 Bedrohungen erzeugen. Ja, muss man natürlich auch immer ein bisschen Kritlack haben, aber im Endeffekt kann man, wenn man das Ganze gut macht, kann man da die Bedrohungen ziemlich hochziehen. So, um das besser zu zeigen, werden wir jetzt einfach mal ganz kurz die... Ich bin auf der falschen Seite, ja. Ich bin jetzt einmal ganz kurz die Puppe ein bisschen auf Operationslevel setzen. Das heißt, du darfst einfach weggehen. Das heißt, wir werden ihm jetzt einfach mal Rüstungs-Buff verteilen und seine Lebenszahl begrenzen. Und dann werden wir mal sehen, was wir im Idealfall tatsächlich rausholen können, wenn wir ordentlich anfangen. Und nicht mit einem Spott. Das heißt, wir werden beides einmal durchtesten und werden mit einem Spott mal anfangen und dann alle Fähigkeiten durchziehen. Und dann werden wir mal anfangen, wie man tatsächlich anfangen sollte. Und mal schauen, wie groß die Unterschiede sind. So, der Dummy ist jetzt aufgesetzt. Wir werden jetzt nicht alle 1,5 Millionen Punkte machen, sondern wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir hier, ähm... Ja, dass wir hier jetzt einfach mal ein bisschen was beispielmäßig runterrattern. Also, folgende Sache, was man immer wieder sieht, ist, wir fangen mit dem Spott an, laufen ran und dann fangen wir an, um die Fähigkeiten zu drücken. Dann ploppt hier was auf. Das können wir natürlich auch drücken. So, dann leuchtet hier was. Dann können wir mal wieder sowas drücken. Dann haben wir die Fähigkeit hier auch noch. Das leuchtet auch nicht, aber das können wir trotzdem mal drücken. Hier leuchtet jetzt was. Drücken wir auch mal das. Gut, okay. Soll an der Stelle mal reichen. Wir haben also 90.000 Schaden gemacht ungefähr und haben 250.000 Bedrohungen erzeugt. Das heißt, wenn wir uns das einfach mal aufschreiben, ähm, 90k Schaden mit 250k Bedrohungen. Okay. Das ist also ganz ordentlich. Ja, das ist ein schöner Wert. Das Problem ist, in den 40 Sekunden, die wir gekämpft haben, knapp, werden wir bei diesen 200.000, wird uns einiges an D-Ds überholt haben. Das heißt, wir werden mehr mit den Spots arbeiten müssen. Äh, zwangsweise. Und es kann gut sein, dadurch, dass wir einen sehr flachen Start hatten, was die Bedrohungen angeht, dass es, äh, dass es vorher schon zu Problemen kam, dass wir vorher schon die Bedrohungen verloren haben, die Aggro verloren haben. Und jetzt fangen wir mal an, wie das hier unten in der Leiste drin steht. Mal schauen, wenn wir uns einfach mal den Dummy wieder aufsetzen. Das heißt, ich werde jetzt hier auch gucken, dass ich hier ungefähr dieselbe Zeit, also bis Sekunde 35 vielleicht, äh, kämpfe, sodass wir das Ganze ein bisschen vergleichen können. Gut, also wir fangen mit dem Machtziehen an. Springen dann ran. Mit dem Schock laufend Stück weg, um zu spotten, um die 4 Meter einzuhalten. Setzen hier also die Fähigkeiten ein, wie die hier angeschrieben sind. Massensport haben wir auch noch mit rausgehauen. Einfach um, äh, den, die Punkte mitzunehmen. Und weil es sicher ist am Anfang halt. Und wir könnten jetzt auch schon wieder den normalen Singlespot einsetzen, um entsprechend die Bedrohungen oben zu halten. Und wir sehen schon, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon über 350.000, wir haben 100.000 Schaden gemacht in ungefähr derselben Zeit. Und wir haben aber 350.000 Bedrohungen. Das heißt, ich lasse das jetzt auslaufen, weil ich denke mal, das Beispiel hat deutlich gezeigt, was hier der Unterschied ist. Äh, wir sind bei 100.000 Schaden, also 20.000 mehr in nur 2 Sekunden mehr. Und, äh, 350.000 Bedrohungen. Ich hätte an der einen Stelle sogar noch besser sein können, indem ich für den Massensport auch noch 5 Meter weggelaufen wäre. Das hätte funktionieren können, das können wir auch gleich nochmal testen. Das heißt, ich werde mir jetzt die Werte hier auch eben nochmal notieren. Mit 108k Schaden und 340.000 Bedrohungen in 39 Sekunden. Und das Ganze werden wir gleich nochmal machen. Und da werde ich mal gucken, dass ich mit dem Massensport vielleicht in 3 Meter weglaufe, sodass wir entsprechend an der Stelle dann auch noch einen kleinen Bonus bekommen. Das heißt, wir warten jetzt noch kurz auf den Wagemut, da das auch eine zentrale Fähigkeit ist. Das werden wir spätestens im Guide für den Attentäter Tank dann merken. Und dann werden wir mal, ähm, das Ganze nochmal durchspielen. Aber ich denke mal, der Unterschied ist doch deutlich geworden, mit dem Spot anzufangen, macht eigentlich keinen Sinn. Oder was heißt eigentlich? Es macht keinen Sinn, denn wir haben keinen Vorteil daraus. Das Ziel greift uns vielleicht 6 Sekunden an, aber nach diesen 6 Sekunden haben wir nicht genug Bedrohungen, damit es uns weiter angreift. Und das ist aber unser Ziel. Ja, wir versuchen das jetzt einfach normal und ich versuche das nochmal ein bisschen besser zu spielen mit dem Massensport. Das heißt, wir fangen wieder mit dem Machtziehen an, womit wir auch richtig einen schönen Bonus kriegen. Der Spot von weit weg. Wir setzen unsere Fähigkeiten hier durchweg ein. Das heißt, ich kann hier schon weglaufen. Und den Spot kann ich auch von weiter wegsetzen. Hab den Massensport jetzt auch entsprechend von weiter hinten rausgedrückt. Ich kann jetzt an der Stelle hier auch schon wieder meinen Spot zwischenschmeißen, um da wirklich dafür zu sorgen, dass mir keiner mehr die Agro klaut. Den hab ich jetzt natürlich nah dran gesetzt, okay. Und mir ist eine Sache jetzt gerade aufgefallen, deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Ich hab den, äh, Dings nicht vorher aufgesetzt. Und trotzdem, also ohne die Rüstungsreduktion, haben wir trotzdem 320.000 gemacht. Das heißt, ich werde jetzt einmal ganz kurz hier die Wartezeit überspringen und dann sehen wir uns sofort wieder mit einer aufgesetzten Puppe, wo wir das Ganze dann wirklich nochmal par excellence machen. Es ist natürlich immer so eine Sache für den Spot wegzulaufen, weil es gibt natürlich Bosse, die einem hinterherlaufen. Allerdings ist zu bemerken, dass die Zahl, die wir hier oben kriegen, das ist sozusagen die, ja, mehr oder weniger der Abstand der Perimeter. Also es ist nicht der zentrale Abstand der Charaktere. Also das wäre bei der Puppe halt da mittig drunter und hier bei mir mittig drunter, sondern es ist so mehr oder weniger ein Perimeterabstand. Das heißt, ich kann ja hier schon, obwohl wir hier wahrscheinlich doch eher 5 Meter auseinander sind, auf 3,37 Meter zählen, weil das halt sozusagen der Perimeterabstand, also hier der Abstand zwischen den beiden Zielkreisen ist. Wenn ich mich hier selber ins Ziel nehme, das sind hier ungefähr diese 3 Meter, um die es geht. Ähm, das heißt, es reicht wahrscheinlich schon, wenn wir hier auf 3,30 stehen, dass wir die 4 Meter erreichen und wir damit unsere 30% Bonus kriegen. Man sollte also gucken, wenn man 4 Meter wegläuft, dann zieht man den Boss nicht allzu doll und für einen ganz kurzen Schritt nach hinten, dass man auf die 4 Meter ganz kurz kommt, reicht es eigentlich immer. Ähm, allerdings situativ abhängig, ja, das heißt, da muss man durchaus vorsichtig sein. Manchmal ist es auch gefährlicher, den Boss zu bewegen, als dass man, äh, eben einen sehr einfachen anderen Weg sucht, die Agro zu halten. Das sollte auch gehen, ansonsten sind es halt einfach nur die 10%, die einem trotzdem dann, äh, schon mal helfen. Okay, wir haben die, äh, Puppe jetzt aufgesetzt, das heißt, wir haben 1,5 Millionen drauf, ganz klassisch, mit der Rüstungsreduktion und wir werden jetzt mal gucken, dass wir das wirklich ordentlich durchspielen. Das heißt, Macht ziehen, mit dem Phantomschritt ran. Wir laufen jetzt schon weg, haben den Sport von außen gezogen, das Verdorren hinterher. Den Schock können wir wieder von außen setzen, den Massensport ebenfalls und dann kommt die verwüßende Spannung hinterher. Dann kommt der Schock natürlich, das Verdorren und wir ziehen direkt den Sport hinterher, den ich auch wieder aus der Melee-Distanz gezogen habe. Leider, den hätte ich auch wieder von weiter wegziehen können und wir haben wieder die verwüßende Spannung, mit der wir dann das Ganze gleich auch beenden können. Lassen wir es an der Stelle mal mit dem Verdorren. Und wir haben also wieder nicht ganz so viel Schaden gemacht, aber wir haben 50.000 mehr Bedrohungen. Ja, also die Werte von eben, ich kann es euch nochmal vorlesen, das waren 108.000 Schaden, 340.000 Bedrohungen in 39 Sekunden und jetzt haben wir 105.000 Schaden in 140 Sekunden mit 394.000 Bedrohungen. Ja, das heißt, ich habe hier eine Fähigkeit ausgetauscht, damit ich mit der Macht hinkomme. Das wird euch im Kampf nicht passieren, das werdet ihr im Attentäter-Tankguide sehen. Das ist nicht notwendig, aber hier an der Stelle jetzt schon. Das heißt, hier ist es ein bisschen weniger Schaden jetzt gewesen tatsächlich, 3.000 weniger, aber wir haben trotzdem 50.000 mehr Bedrohungen erzeugt. Und das ist sozusagen der Punkt, wenn wir durch das Weglaufen wirklich das Ganze super vollführen mit dem Abstand. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn ich das mit dem dritten Spott auch noch mache. Dann haben wir hier wirklich einen super Start, mit dem wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Und dann kann man besser in den Kampf starten und es wird allgemein ein etwas ruhigerer Kampf, als wenn man mit dem Sport anfängt, reingeht und nach 3 Sekunden keine Agro mehr hat. Das heißt, wir probieren das jetzt einfach noch einmal. Die Zeit haben wir ja hier. Und dann schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Das heißt, hier auch wieder schön den Abstand genommen. Die Deep Predating Walls, die tödlichen Spannungen. So, das Verdorren wieder. Den Spott jetzt diesen wirklich aus der Entfernung gezogen. Mal gucken, ob wir hier jetzt an der Stelle die 400.000 schaffen und das sieht sehr gut aus. Das heißt, wir haben jetzt schon hier die 400.000 und wir sind noch nicht mal bei 100.000 Schaden. Das heißt, wir können jetzt hier an der Stelle aufhören und haben, glaube ich, das Beispiel, was wir haben wollen, um wirklich den perfekten Kontrast zu bieten. Wir haben, wenn wir jetzt gleich aus dem Kampf rausgehen. Mal gucken. Ja. Wir haben 39 Sekunden. Das ist exakt dasselbe, was wir im ersten Versuch hatten. Okay, es sind jetzt 42 Sekunden rausgewonnen. Egal. 40 Sekunden können wir sagen, wir haben 113.000 Schaden und wir haben einfach nochmal fast 100.000 mehr Bedrohungen erzeugt. Wir sind also bei 470.000 Bedrohungen gelandet und ja, im Gegensatz zu den 250.000, die wir am Anfang hatten mit dem Spott, ja, das ist doch mal ein kräftiger Unterschied und genauso wollen wir das sehen, genauso will ich das sehen und genauso funktioniert das Ganze im Spiel und deswegen empfangt meine Botschaft sozusagen, fangt nicht mit dem Spott an. Es ist nicht gut. Ja, fangt mit irgendwas anderem an, fangt mit einem Reinspringen an, mit einem Heftschlag, mit einer Rückhand, fangt mit irgendwas an, wo drin steht, erzeugt Bedrohungen und wenn ihr das gesagt habt und das gemacht habt, dann könnt ihr anfangen mit euren Spots, weil dann habt ihr eine Basis, auf die die Spots aufbauen können. Denn wir brauchen eine Grundlage von 0, 30% sind einfach immer noch 0 oder gut, BioWare sagt, es sind 3, aber es ist vollkommen egal, es sind einfach nichts. Ja, wir brauchen eine Grundlage, wir müssen Bedrohungen erzeugen, bevor wir mit unserem Sport effektiv arbeiten können und das ist im Endeffekt die Aussage dieses Videos und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Tanken, jetzt sollte das auf jeden Fall einwandfrei funktionieren. Mein Name ist Diotr Lohr, ich bin raus, Tschüss. Ich bin raus, Untertitelung.